Let's go! Oh, 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 oh. Laufen schon? What's up, what's up, what's up, my roommates? It's O2 präsentiert. O2, für mehr O in deinem Leben. Präsentiert, ausgezeichnet mit der goldenen Hände, der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche von Joko C. Winterscheid und Paul, ohne Mittelnamen, Ribke und zwei Marmels, middle-aged men in Lycra, erzählen darüber, wie sie, wir haben so viele Leute dieses Postillon, das finde ich fast unverschämt, Postillon hat so einen Beitrag darüber gemacht, 94 Kilo schwerer Radfahrer kauft sich für 80.000 Euro ein Rad, was 200 Gramm leichter ist. Das haben mir ungefähr 500 Leute geschickt per Insta-DM, das ist Bodyshaming, das ist Insulting, das finde ich nicht richtig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben heute uns unterhalten, wir haben telefoniert eine Stunde, grob. Worüber haben wir geredet? Wir haben sehr grob telefoniert eine Stunde, das war unangenehm, weil Feintelefonieren liegt mir mehr, aber in dem Fall war okay. Wir haben über amerikanische Feuerwehrmänner gesprochen, dadurch auch natürlich über Feuer, weil du im Napa Valley gewesen bist und auf der Weinprobe richtig einen sitzen hattest und dann war auf einmal der Typ weg, der die Weinprobe... Oh, Entschuldigung, zu viel verraten. Oh, die Poehrende wieder verweggenommen, Entschuldigung. Also, ich habe ein bisschen aus dem Studio erzählt, ich fand, es war eine sehr, sehr abwechslungsreiche Folge dieses Mal. Da haben wir sehr viele, ein bunter Strauß, haben sehr viel Persönliches wieder erzählt, weil du wieder gute Fragen aus diesem tollen Kartenspiel gestellt hast. Da sind eine ganze Menge jetzt dabei. Aber wir sollten noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, weil es gibt ja eine Neuerung, die wir uns vorgenommen haben. Wir wünschen uns ja so sehr, dass ihr da draußen, ihr lieben Roommates, unsere Teaser macht, also quasi den Hinweis für die aktuelle Folge, die ihr dann quasi bespielen könnt. Auf Instagram zeigen wir das. Das heißt, ihr schickt uns ein Video mit den Themen dieser Woche, bewerbt euch, schickt uns eine DM auf den AWFNR-Account und dann melden wir uns zurück und sagen, hier, das sind die Hard Facts, bitte schickt uns das Video. Und wir suchen dann jede Woche eins aus und posten das im Internet. Genau. Ich sag's, wie es ist. Diese AWFNR-Folge ist die beste AWFNR-Folge, die wir je aufgenommen haben. Mag mutig sein, ist aber so, weil wir haben ja die Erfahrung der letzten AWFNR-Folgen eingebaut in diese. Und jede neue Folge wird besser als die alte Folge. Glaubt's mir einfach. Glaubt's mir. 100% richtig. Und ich dachte, du sagst, ich sag's euch, wie es ist. Die heutige Folge wird euch präsentiert von O2 für mehr Ohren deinem Leben. Jetzt gibt's was. A, B, F, N, L A, B, F, N, L Hallo Joko. Da war grad was in der Leitung. Das war ich. Ich war in der Leitung. Ich hab dich nicht richtig verstanden. Wahrscheinlich sind jetzt alle aufgewacht an den Hörgeräten, an die Radioempfangsgeräten zu Hause und sind vom Tisch gefahren. Boah, stell dir das mal vor, das wär ne Radiosendung. Ja, so ne, so ne, so ne, so an so nem Transmitter, oder wie, ne, Transformer, was ist denn das? Doch, Transmitter, oder, ne? Ne, Transmitter ist, oh Gott, wir fangen schon wieder so schlimm an. Wir sind's wieder, die Dummen. Wir sind an der Zinslauch. Am Transistorradio. Transistor, äh, so ist mir viel zu kompliziert. Ich hab mir heute vorgenommen, wenn du anfängst hier zu Kurpfälzen, dass ich dann reinisch spreche, aber ich hab mir schon beim Vornehmen gedacht, das krieg ich nicht hin, weil wenn jemand ein Dialekt spricht in meinem Umfeld, dann will ich immer den Dialekt nachmachen und das kann ich nicht. Und ich kann jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht reinisch reden, weil ich hab jetzt sofort los zu sprechen wie du. Machen wir doch mal. Apropos, wer ist dein Gewinner der Woche, um gleich mal sofort reinzusteigen? Ja, super, dass du fragst. Ich hab schon beim 8 zu 2 seinen Namen genannt auf Twitter und habe dafür von Borussia-Fans einen Shitstorm kassiert. Also ist ja auch übertrieben, einer hat geschrieben, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Hansi Flick. Ich muss wirklich einfach ganz kurz Hansi Flick hochleben lassen. Und es ist mir jetzt total, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan und da wird auch nie zwischen Borussia Mönchengladbach und mir, da passt kein Blatt. Aber wer nicht denkt, dass Hansi Flick ein Wahnsinns-Typ ist und ein unfassbarer Trainer und der hat die Mannschaft im November übernommen und da sah es ja wirklich alles andere aus, als dass die auch nur noch Meister werden, dann sind sie Pokalsieger geworden und wir beide haben das Orakel ja eigentlich bedient und haben gesagt, der holt auch das Triple. Zack, bumm, there he is. Joko, du hast da was falsch verstanden. Du hast letzte Woche schon so ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, wer, aber also ich... Haben wir nicht gesagt, dass er es Triple holt? Das Orakel kann ja nur die Krake Paul gewesen sein eigentlich. Ich habe nochmal nachgehört. Erinnerst du das jetzt, also erinnerst du es wirklich so oder... Das ist immer ein ganzes Leben basiert auf solchen Geschichten, dass ich Dinge rückblickend ganz anders erinnere, als sie passiert sind, weil sonst würde ich wahrscheinlich schon lange irgendwie alles hingeschmissen haben, wenn meine Erinnerungen an Geschehen sind grundsätzlich viel, viel besser, als die Realität sie jemals hat darstellen können. Okay, also Fakt ist... Was war die Realität? Bei aller Bescheidenheit habe ich völlig klar und ohne die Diskussion gesagt, Kovac fliegt raus, Flick übernimmt und holt das Triple. Gibt es, klar so kann man in Folge, was auch immer, 335 glaube ich nachhören. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Voll. Ich schicke ihm jetzt einmal eine Sprachnachricht, kurz dem Hansi. Der wird wahrscheinlich ein bisschen verkatert sein, aber so von Heidelberger zu Heidelberger kann er mir vielleicht auf Kurpfälzisch sagen, wie es nächstes Jahr wird, damit ich wieder als Orakel gelte. Willst du ihm auch noch irgendwas sagen? Ja, ich habe ihm gestern schon Glückwünsche ausrichten lassen über unseren gemeinsamen Freund Bobby, Bobby de Kaiser, aber natürlich sehr gerne. Okay. Hansi, mein Freund, endlich ein Champions-League-Titel in Bametal. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Paul, ich habe ja so einen Podcast mit Joko zusammen und in dem Podcast habe ich letzten September gesagt, dass du Cheftrainer wirst, dass du das Triple holst und dass du sowieso der größte und beste Trainer der Welt bist. Jetzt ist das alles wahr geworden und neben der Tatsache, dass wir dir gratulieren wollen, wollen wir einmal ganz kurz wissen, was passiert nächstes Jahr, damit ich wieder so als Krake, Orakel, Paul, kannst du mir ein, zwei Transfers vielleicht schon mal vorab stecken oder vielleicht wie halt die Saison ausgeht, weil du weißt ja schon ein, zwei Sachen, die schon fertig sind. Wenn du jetzt antwortest mit einer Sprachnachricht, sei dir bewusst, das kommt dann im Podcast. Beste, beste Grüße im Ernst, herzlichen Glückwunsch, Kurpfalz Repräsent, gell? Alle ab, ciao. Schauen wir mal, ob er antwortet. Ja, vielleicht denkt er auch, was wird der Idiot denn? Meine Glückwünsche übersende ich ihm dann quasi in die Saison-Straße per Post. Scheiße. Egal, alles gut. Tut mir leid, tut mir leid. Also Hansi, schlechter Gewinner. Aber das ist tatsächlich mein, bitte was? Dein Gewinner der Woche auf jeden Fall, der Hero der Woche. Ja, weil ich finde einfach wirklich, der ist so ein Unf. Also ich hatte einmal dieses Jahr das große Glück, ihn ganz kurz kennenlernen zu dürfen, weil mein Kumpel hier oder mein Freund Bobby de Kaiser, mit dem es ja auch eine Folge in Winterstadt gibt, für die, die es noch nicht gehört haben, sehr hörenswert, als er in München war und die beiden sind auch ganz eng befreundet, mich angerufen hat, meinte so, ey, wollen wir nicht hier bei dem Bayern aufs Trainingsgelände, wo es sogar noch einen Bildartikel gab, dass ich beim Geheimtraining von Manuel Neuer spieken würde als Borussia-Fan, wo ich mir auch dachte, wie, wie, also wie sehr kann man... Du bist ja nicht ein Fan, du bist ja digital beauftragt, dann bei der Borussia. Ich bin, tatsächlich, ja, ich bin im Board für Digitalisierung oder wie man das nennt, weil der Digital Circle von Borussia Mönchengladbach, genau, ja. Ich bin nicht ehrenamtlich ein Mitglied des Vereins. Ähm, und ich finde den einfach Wahnsinn. Der hat gestern auch in dem Interview danach, äh, ich hab's hier auf Sky gesehen in Deutschland, ähm, im Interview danach irgendwie so, so groß gesprochen, hat gesagt, naja, das ist ja nicht mein Erfolg, sondern das ist so das ganze, der ganze Staff, alle, die da irgendwie involviert sind. Das ist so, so ein, ich finde, der ist so ein geiler, menschlicher Typ und ich finde, das merkst du der kompletten Mannschaft an, dass das einfach so ein Typ ist, der die Menschlichkeit da irgendwie zurück, in diese wirklich absurde und manchmal ja sehr, sehr krasse Fußballwelt, siehe André Schürde, der irgendwie sagt, ich hab keinen Bock mehr mit 29, das ist mir alles irgendwie zu verrückt, äh, der sich dann irgendwie zurückzieht und dass das irgendwie ein hartes Business ist, so, das steht außer Frage, glaube ich. Natürlich verdienen alle wahnsinnig viel Geld, aber das ist ja auch nicht immer alles so, beim Ende zählt ja so, wie geht's dir als Mensch? Und ich glaube, der hat's hingekriegt, dass die alle als Mensch einfach wieder funktionieren. Und gestern hat Thomas Müller auch im Interview hier gesagt, und das finde ich auch, dass das bezeichnet so sehr, was Hansi Flick hingekriegt hat und das freut mich so unfassbar, dass er es in meinen Augen geschafft hat, diese Bayern so unfassbar sympathisch zu machen, weil die halt einfach so, und das hat Mario Gomez wohl in einem Video, was der Mannschaft gezeigt wurde, gesagt, ihr kämpft gerade darum, um den Fehler des anderen auf dem Spielfeld wieder gut zu machen. Und das finde ich, ist so eine geile Beschreibung für das, was die für den Fußball spielen, dass der das in diese Mannschaft reingehaucht hat, was da nicht mehr gewesen ist, das finde ich einfach unglaublich und deswegen ist der mein absoluter Gewinner der Woche. Ich bin ein riesen Hansi Flick-Fan und wenn er mich trainieren wollen würde, ich würde sagen, Hansi, hold my beer, I'm in. Das ist halt schon mal schön. Es haben verschiedene Leute. Mir hat auch einer geschrieben, der hat ein bisschen den Mund zu voll genommen damals. Ich weiß gar nicht, was er so richtig macht, ein veganer, nein, irgendein Mensch auf Instagram. Und der hat mir damals, als ich das gesagt habe im Podcast, hat er gesagt, Paul, das ist doch totaler Quatsch, der wird weder Haupttrainer noch was auch immer. Wenn das passiert, was du da erzählst, dann tätowiere ich mir deine Techno-Kart zu. Habe ich mich jetzt mal gewöhnt. Wirklich? Der hat so in den letzten sechs Monaten immer wieder, als er erst Trainer wurde, als er erst Meister wurde, als er Pokalsieger wurde und also je näher es wurde und die letzten Spieler hat er jedes Spiel kommentiert mit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Frau lässt sich scheiden. Scheiße! Und jetzt hat er einen Termin. Da muss er jetzt durch, oder? Also ich meine, wenn man so den Mund voll nimmt, ungefragt und ohne irgendeine Nachfrage, dann muss man auch deliveren hinten raus. Absolut. Ja, deswegen halte ich immer die Schnauze, wenn du so steile Thesen aufsetzt, weil ich weiß, es könnte ein Boomerang sein. Hast du denn einen Gewinner der Woche? Ja, der kann natürlich, also natürlich auch Hansi Flick, aber ich habe noch einen Luca Doncic, sagt dir das was? Das ist so ein Basketballtyp bei den Dallas Mavericks. Der Mavericks hat jetzt gerade ein bisschen amerikanischer Sport, wahrscheinlich jetzt nicht zwingend für jeden was, aber dessen Stern geht gerade auf und der hat so einen geilen Dreier in der Verlängerung im Playoff gerade gemacht und ist so ein geiler, 19-jähriger, megacooler Basketballspieler aus Serbien, der, glaube ich, aus Serbien, und der jetzt quasi, der hat bei Real Madrid, glaube ich, Basketball gespielt mit 14 und ist jetzt der absolute Superstar, der da gerade bei den Mavericks. Und das ist ein sehr, also wie der Basketball spielt, ist sehr beeindruckend, weil er sehr physisch und sehr geil ist. Also, das ist mein Gewinner der Woche. Wenn du dir das anguckst, wie der den Dreier macht, sehr beeindruckend. Finde ich. Kann nicht ganz mit Hansi Flick mithalten, aber man braucht ja was anderes. Hast du auch einen Content? Ich habe auch einen Content der Woche, ja, und zwar, aber da muss ich kurz nachgucken, weil ich verwechsel immer den. Ich gehe mal kurz in die Werbung und danach erzählst du mir. Ja, ich muss auch kurz das Mikrofon hinstellen. Ja. Die Indeed-Jobbörse. Mein lieber Joko, brauchst du, du, also, hast du, wie sieht gerade dein, hast du was zu tun? Du nimmst gerade auf? Frag das bitte nicht, das ist ein heikles Thema. Nächstes Jahr. Aber, genau. Well, well, well. Also, Indeed, die Jobbörse, habe ich mir sagen lassen, ist die größte Jobbörse weltweit. Über 560.000 neue Jobs jeden Monat und in einer Vielfalt auf dieser Plattform unglaublich. Genau, da gibt es verschiedene Filter. Also, wir können ja, also, wenn du jetzt, hast du mal aktiv einen Job gesucht dabei? Also, hast du dich bei ProSieben beworben, musstest du da irgendwie, oder ist das so? Ich habe meinen Job bei ProSieben, bei Indeed, nein, sowas nicht. Nee, ich kenne ja eher noch die gute alte Welt. Also, ich finde es aber eher Wahnsinn, wie das dann ja heute funktioniert. Früher war das ja dann so, du hast irgendwie eine, überleg mal, der Anzeigenteil in der Wochenendzeitung oder sowas in diesem, wirklich, keine Ahnung, der Wochenendausgabe des regionalen Blattes, der war ja dann, keine Ahnung, wie viele Stellen, da musstest du da hinschreiben und weiß nicht was. Das finde ich halt jetzt viel, viel geiler, wenn du bei Indeed bist, dann gehst du halt hin, stellst dir halt wie bei allen quasi Search-Engines deine Einstellungen hin und sagst, was brauche ich, was will ich, wie soll das laufen und dann bist du mit wenigen Klicks quasi bei deiner Bewerbung. Genau, und auch für mich, also, ich bin ja Andrépreneur sozusagen. André. Ich bin Unternehmer. Nein, wir suchen tatsächlich ja immer mal wieder Leute für Paris oder für was auch immer und du bei drei Freunde waren oder nicht? Wir suchen gerade ganz aktuell jemanden, der bei uns anfangen möchte, deswegen, wenn ihr auf der Suche nach einem Job in einem florierenden kleinen Weinunternehmen seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch das anzugucken auf Indeed, das geht super easy und vielleicht auch noch der kleine Tipp von mir, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also, je schneller man auf diese Anzeige antwortet und das ist nicht nur wirklich bei und so, sondern das ist faktisch wirklich so auch bei Indeed, weil natürlich ist es so, eine Anzeige steht drin und je schneller man darauf antwortet, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch eine Antwort erhält, weil man natürlich als einer der Ersten, der auf diese Anzeige geantwortet hat, eine viel größere Chance hat, auch genommen zu werden, weil da ist natürlich dann die Auswahl nicht so groß, wenn man ganz am Anfang sich sofort meldet. Genau, das ist quasi, der Ablauf ist so, man macht da seinen Lebenslauf hin und dann wird eine eigene E-Mail-Adresse erstellt sozusagen und darüber, die muss man dann halt monitoren und muss sich das anschauen und darüber kriegt man tatsächlich einfach, das ist ein abgefahrenes System, darüber kriegt man sensationelle Jobangebote, wie auch sensationelle Bewerber für Unternehmen, wie auch für Leute, die sich irgendwo bewerben sollen. Ein Wechsel ist ja manchmal ganz gut und deswegen, du hast ja jetzt auch ein Profil, ich habe da ein Profil und dann schauen wir mal, was der Algorithmus uns da so vorschlägt und was da so passiert. Indeed ist auf jeden Fall eine großartige Jobbörse und die Nummer eins, nicht ohne Grund, weil es einfach das Beste ist. So sieht es aus. Da bin ich wieder. So, ich hatte hier einen Content der Woche und zwar Drone the Whales. Da ist jemand, der fliegt mit Drohnen über Wale und macht Fotos und Videos und das ist so unfassbar beeindruckend, weil das einfach solche, ich glaube auch, dass da ganz viele Videos hier aus deiner Region da sind, hier, wie heißt die, Catalina Island? Heidelberg? 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 Neckar? Ja, richtig. Da unten am Neckar, genau. In Wieblinge? Hinten weg am Bergstieg oder was? Ne, aber das ist unfassbar, weil das sind so unglaublich geile Bilder, weil das dann immer so, du hast dann tausende von Fotos, wo einfach wirklich hier ist sogar Newport Landing, ist das bei dir? Ja, nee, so ein bisschen weiter weg noch, aber ja. Aber da ist zum Beispiel im Bild, hier, ich zeige das einfach mal ganz kurz, vielleicht kann man das sehen, da ist halt so ein Ausflugsschiff, da sind bestimmt 200 Leute drauf oder so und dieses Schiff ist nicht klein und dann siehst du diesen Wal und der ist echt doppelt so groß und das sind einfach so unfassbare Bilder, weil es einfach nochmal einem so eine ganz andere, hier schwimmen eins, zwei, drei, vier, fünf Wale nebeneinander, sechs, sieben, oh Gott, krass. Und das sind einfach so unfassbare Aufnahmen, guck mal hier, Newport Beach, Grey Whale enjoying the local shallow scraping Francis, wann war denn das? Letztes Jahr im Hafen. 31. Januar 2019. Ja, letztes Jahr war hier einer im Hafen. Hier sind, ey, auf der Radtour habe ich 20 Mal Wale gesehen, ich schwöre dir, wirklich 20 Mal. Du siehst die ganze Zeit Wale im Moment, weil die ja gegengleich quasi, im Winter schwimmen die hoch nach Dings und im Sommer schwimmen sie runter, nach Mexiko. Aber es sind einfach wunderschöne Bilder, es ist einfach faszinierend, sich das anzugucken. Ich habe, glaube ich, ich habe immer so einen Stundenlimit für Instagram am Tag und die Tage habe ich wirklich eine Stunde mir nur Bilder von Walen angeguckt und da gibt es, also generell, glaube ich, Content der Woche für mich, einfach sich Wale auf Instagram angucken ist besser als das, was mannig Influencer so macht oder mannig Content Creator, wie man jetzt neu sagt. Wir sind ja gerade im Studio und haben ja dann auch so den einen oder anderen Gast aus der Welt von Instagram und die heißen nicht mehr Influencer, die heißen jetzt alle Content Creator. Riccardo Simonetti war da und, also den liebe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, also Riccardo Simonetti, finde ich, ist ein unfassbar guter Typ. Und wer war da, ich glaube, noch einen Content Creator hatten wir nicht zu Besuch, aber wir hatten einen, der uns eine Aufgabe gestellt hat. Die werden dann immer Content Creator genannt neuerdings, da bin ich immer irritiert, weil das ist dann so ja, dann bin ich ja auch Content Creator, du ja auch Content Creator, also eigentlich sind ja alle Content Creator, die dann auf diesem Kanal sind, aber es ist ja dann doch mehr als... Ja, also als Kategorie habe ich schon seit einem Jahr Content Creator ausgewählt. Okay, gut, war für mich neu. War für mich neu und war news to me, dass man das jetzt irgendwie so, dass das schon salonfähig geworden ist, habe ich nie mitgekriegt. Bin aber ja auch alt, vielleicht liegt es daran. Wie war denn die Show? Wie hast du gewonnen? Hast du verloren? Habt ihr... Was macht ihr? Das kann ich ja nicht beantworten, dann guckt ja keiner. Jetzt komm. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Du kannst doch einmal... Jetzt komm, was für ein Spiel? Ach, jetzt komm, ein Spiel kannst du mal verraten. Ein Spiel? Guck mal, ich kann dir, warte... Tennis, Minigolf. Also ich habe heute, den zweiten Tag in Folge, einen unfassbaren Muskelkater vom, und das muss dann auch reichen, Sand schleppen und ich habe, guck mal, diese Wunde hier. Oh, was denn da passiert? Ja, danke, dass du es sagst. Vincent Weiß. Vincent Weiß hat in einem Spiel mich so dermaßen auf den Studioboden geschmissen, dass das passiert ist und ich habe wirklich, ich habe jedes Album von Vincent Weiß gekauft. Ich habe keine Ahnung, warum der das getan hat. Der hat mir so ein richtig... Der hat mir das Bein gestellt und dann bin ich hingefallen und dann bin ich auf den Arm gefallen. Dann lag ich da und habe... ombster Ayohoo Gerufen. Dann ist er zu mir gekommen. Und dann habe ich ihn quasi... Nee, dann habe ich, ja genau, habe ich ihn angelockt mit meinem Schreien. Dann ist Vincent Weiß zu mir gekommen und dann lag Vincent Weiß auf einmal neben mir, weil ich ihn nämlich dann quasi in eine Falle gelockt habe. Der konnte gar nicht anders als kommen. Und dann habe ich ihn aber auf den Rücken gedreht. Und dann habe ich Vincent Weiß gekitzelt. Und dafür kriegst du Geld. Also ich meine, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist dein Beruf. Hallo, das ist mein Beruf. Weißt du doch, als wir beide bei Stocki gewesen sind und du mich da im Pool so durchgekitzelt hast? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, du bist sehr kitzelig. Ich bin sehr kitzelig. Und meine absolute Lieblingsidee, die bis heute keine Umsetzung gefunden hat, war, die hatte ich in dem Moment. Ja, dass man eigentlich so eine Interview-Serie machen muss, wo die Leute mich durchkitzeln. Also keine Ahnung, man hat so ein Junk-Captain und dann kommt George Clooney rein und dann fängt er an, dich durchzukitzeln. Und dann ist das so lustig, weil das ja wirklich so ansteckend ist. Weil du hast Tränen gelacht, weil ich so gelacht habe. Und dann fängt man aber an, sich gegenseitig zu kitzeln. Und dann kitzelt George Clooney mich zuerst durch und danach kitzel ich George Clooney durch. Das kommt nie zu einem Interview. Aber das sind die, was für unfassbar witzige drei, vier, fünf Minuten Beiträge das wären, wenn man sich einfach komplett durchkitzelt. Und ich glaube wirklich, dass das funktionieren würde, weil manchmal versucht man ja immer so, das Rad neu zu erfinden. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Einfach Menschen komplett durchkitzeln und das drei Minuten filmen ist bestimmt wahnsinnig witzig. Ja. Brauchst du jemanden? Tickle die und Frederick wäre die Sendung, oder? Tickle die und... Ich war, weil du gerade wie so eine Robbe Geräusche gemacht hast. Ich war in Napa Valley und wir haben eine Weinprobe gemacht. Also mehrere Weinproben gemacht. Moment, wie kommst du von dem Geräusch? Erklär ich dir gleich, weil ich war... Wir haben... Also wir waren drei Familien. Unsere drei... Unsere Bubble hier in Newport sind gemeinsam da hochgefahren. Und die eine Frau von dem... Die Marc hat den Wein und hat ein bisschen über den Durst getrunken, so um 11.40 Uhr. Und dann sind wir um 12.20 Uhr in so einen Weinkeller geführt worden und wurde so gezeigt. Und dann hat die Schluck aufgekriegt. Und durch das Echo klang das wie eine Robbe. Immer so... Wir haben uns nicht mehr eingekriegt darüber. Und je mehr wir gelassen... Es war so schweinepeinlich, weil der Typ das auch überhaupt nicht lustig fand. Es war so peinlich. Aber es hat sich so geil angehört, wie das immer so zurückkam. Und sie konnte nicht aufhören damit. Sie hatte keine Chance. Scheiße. Und ich hatte auch schon mal... Ich habe mal ein Fotoshoot... Out-Shooting... Wie sagt man jetzt? Man darf ja nicht mal shooting sein. Shoot. Ich habe einen Fotoshoot gehabt in Kapstadt. Hast du eine Robbe fotografiert und die hat auch die ganze Zeit... ...gemacht. Entschuldigung. Ich war im Hintergrund und dann ist die Artdirektorin auf die glorreiche Idee gekommen damals. Wir haben so als Gag gesagt, wäre doch cool, wenn die Robbe jetzt im Hintergrund... Wir haben vorne jemanden fotografiert mit Klamotten und hinten, wenn die so auf die Flosse hinten drauf und so ein bisschen klatscht. Weißt du? Wie halt im Zoo sozusagen. Und dann ist die Artdirektorin dahin gelaufen und dann hat sie versucht, die Robbe zu animieren mit Klapp, Klapp, Klapp. Und wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Die Tatsache, dass die Robbe Englisch sprechen sollen würde, weil wir in sich... Also, es ist immer einfach... Es war ähnlich bescheuert. Robben sind lustige Tiere. Ne, wir haben eine Woche Weinproben gemacht. Es war sehr, 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 sehr... Warst du je in Napa Valley? Also nördlich von San Francisco. Schön, ne? Kalistoga oder so, kann das sein? Kalistoga, da bin ich immer hingefahren, genau. Ja, genau, Kalistoga waren wir. Und das war wirklich sehr gut. Ich war auch sogar hier auf dem Weingut von, wie heißt er? Coppola. Coppola, ja. Francis. Ja, Francis Ford hat dann Weingut, wo auch alles ausgestellt ist aus seinen ganzen Filmen. Und er macht auch wirklich sehr, sehr gute Weine. Da gibt es eigentlich keinen... Also niemand, der ihm das Wasser reichen kann, außer vielleicht diese drei da aus Rheinhessen. Na, wie heißen die? Ja, die drei Freunde. Ah, genau, ja. Das sind die trainiert. Nee, aber ich fand im Napa Valley so krass, weil wir waren im Hochsommer da damals. Und das war ultra heiß. Also wirklich abends noch so 35 Grad oder so, also abends im Sinne von 11 Uhr. Und da war ich sehr überrascht, was für ein krasses Klima da vorherrscht, weil du natürlich dann damit A, eine unfassbare Qualität an Trauben hast, aber B, natürlich auch unfassbar viel Wasser brauchst, weil da ja alles total vertrocknen würde. Das war nicht so überraschend, weil ich fand San Francisco, einen Tag vor oder zwei Tage vorher waren es irgendwie 17, 18 Grad und dann fährst du da irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden dann ins Napa Valley rein, wenn ich das richtig erinnere von der Zeit ungefähr. Ja, das ist eine Stunde. Und du hast dann irgendwie auf einmal so 35 Grad. Da war ich sehr fasziniert von, wie schnell die Temperaturen da irgendwie so krass anders werden. Aber ich fand es mega geil. Da war auch ein geiler, so Delikatessenläden und so. Ich fand irgendwie, ich liebe das ja so, wenn das dann so, du fährst über, also das ist wirklich das Geile an Amerika fand ich da, dass du dann über so eine Landstraße fährst, dann ist da so eine Riesenbahn, also so eine Riesenscheune an einer Landstraße, wo dann irgendwie das geilste Essen serviert wird und die geilsten lokalen Weine. Das fand ich mega. Ich fand es richtig gut. Oakwood Bahn heißt es. Wie heißt das? Genau da, Oakwood Bahn. Da wo du, genau da war ich. Zweimal. Da sind wir immer Radfahren hingegangen. Die letzte Woche. Wirklich? Ja, total. Und da, wir haben, also grundlegend war, also wir haben ein Haus gemietet, was leider ganz oben auf dem Berg war. Und zum Rennradfahren. Ja, ja, du musstest mit dem Fahrrad immer hoch. Ja. Ich bin nicht einmal hochgefahren, ich bin immer nur runtergefahren. Dann haben wir uns, uns quasi die Männer sind Fahrradfahren gegangen und dann haben wir uns an einem Weingut, zu einer Weinprobe quasi getroffen und dann ist immer einer gefahren. Es war sehr, 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 sehr schön. Und das ist, also ich dachte mehrfach so, wie du über Südtirol erzählt hast, so ähnlich ist es da ja tatsächlich so an Essensqualität und Jarnsville, warst du in Jarnsville auch? Nee, da war ich nicht lange. Da sind sehr, sehr gute Restaurants, da sind auch ein wunderschöner Ort und tatsächlich, also ultra, ultra, richtig viel Spaß gehabt die Woche, aber durchgehend Feuer. Also als wir ankamen, war es noch, letzte Woche habe ich dir erzählt über die Gewitter und die haben alle unfassbar viele Feuer ausgelöst. Und das war dann so, am zweiten Tag wurde es dann, man hat so von unserem Haus immer so übers Tal halt schauen können und du hast halt immer gesehen, wo gerade ein Feuer ist. Und es war schon nicht so geil. Also so, teilweise hatten wir Paroles nachts, dass wir quasi alle Stunde aufgewacht sind und aus meinem Zimmer konnte man, also im Bett liegend, habe ich den anderen Hügel gesehen und der hat komplett gebrannt. Und das war schon, also sind schon echt asozial große Feuer gewesen. Und du kriegst dann immer so Amber Alerts sind das, also weiß ich nicht, gibt es das in Deutschland? Kriegt man Amber Alerts? Nee, gibt es nicht. Das ist wahrscheinlich verboten. Aber es ist quasi eine Push-Nachricht auf dein Telefon, wo dann alle Telefone und alle iPads gleichzeitig vibrieren und dann kriegen natürlich auch alle Angst, dass du halt evakuiert wirst oder nicht. Und das war immer so knapp dran vorbei. Wir sind jetzt nicht evakuiert worden, aber es war schon so, dass wir die Autos, also die Besitzerin des Hauses hat gesagt, parkt mal eure Autos mit der Nase zur Ausfahrt. Und dann dachte ich schon so, ja, naja, ist jetzt nicht so blau. Wenn es auf die paar Sekunden ankommt, gute Nacht zusammen. Und ich war so ein bisschen so, ja, jetzt ist halt ein Feuer, aber wir wissen ja, es gibt ja auch Feuerwehr und alles im Griff. Und dann habe ich mir diese YouTube-Videos von letztem Jahr in Paradise, da sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen umgekommen, in Autos, weil die nicht mehr rauskamen und so weiter, weil rechts und links einfach alles gebrannt hat und so. Und da wurde es mir dann auch ein bisschen anders. Dann haben wir aber, eine der geilsten Weinproben war so ein Dude, der so, keine Ahnung, der hat in Huntington Beach gewohnt, eher so ein Surfer-Dude auch, der dann aber wieder oben war und der halt erzählt hat, er ist Feuerwehrmann. Der macht das nur nebenher mit dem Weinzeug und kommt halt manchmal ran. Aber ist sein Wein gut gewesen? Entschuldigung, aber ist sein Wein gut gewesen? Nein, er war einfach nur jemand, der Local, wie so ein Sales-Typ am Ende. War aber cool und hat halt Sachen gezeigt und war jetzt auch kein Sommelier, sondern eher so ein, ich weiß nicht, ob das in Amerika grundlegend, waren die alle nicht so Sommelier-mäßig wie jetzt, also weißt du, sondern die haben eher so ein Verkaufsgespräch und haben halt, du kannst was ausprobieren sozusagen. Das war so hier, der, 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 der und probier den mal und bla. Und das hat er auch gut gemacht und er ist aber Feuerwehrmann. Und ich habe dann halt so erzählt und wir, 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 Was ist das, Sam? Entschuldigung. Er hat zwei Wochen lang durchgehend jetzt, er hat so ein, ich habe so ein neues Technik-Gadget, Whoop heißt das, kennst du das? Das ist so, das überwacht deinen Schlaf und deinen Puls und den Dings und dann jeden Morgen warst du auf und es sagt dir, wie recovered du bist. Und das hatte der auch an. Und seine Zahlen waren echt asozial unten. Also so, der war immer so bei ein bis drei Prozent seit zwei Wochen, weil der einfach so, das muss so physisch anstrengend sein. Aber, was ich sagen wollte, er hat relativ... Die Weintroben sind physisch so anstrengend, oder weil er quasi in Bereitschaft war? Nee, er war im Feuer. Der war im Einsatz wichtig? Ja, der hat zwei Wochen lang... Achso, Entschuldigung, das habe ich, entweder hast du es nicht gesagt oder ich habe es verpasst. Sorry, das habe ich nicht gehört. Ja, der war durchgehend im Einsatz und das, also es war schon echt beeindruckend und der hat dann immer, der hat zwei Sachen erklärt, was mir zumindest sehr einleuchtend war. Das erste war, ey, grundlegend lassen wir auch sehr viele Feuer brennen, weil die, es ist ein Reset, früher haben die Indianer immer alles unter Brand gesteckt, die ganzen Sachen, es ist einfach viel zu viel Vegetation inzwischen. Es muss sich auch teilweise, wenn es halt nicht gebrannt hat, 100 Jahre, dann muss da jetzt auch mal, also das ist der Lauf der Natur und das passiert dann und da greifen wir auch nicht ein, wenn es Blitze sind, die da sind. Wenn es man-made Feuer sind, also wenn jemand einen Funkenschlag oder was auch immer oder eine Kippe, dann ist das anders und dann greifen sie auch schnell ein oder wenn es Menschen bedroht, dann sind sie da effektiver. Bei den anderen allerdings gehen sie auch nicht so viel rein, deswegen wirkt es so bedrohlich, weil du hast halt schon, wir sind schon beim Fahrradfahren, also wir sind jeden Tag immer so ein bisschen Rad gefahren, drei, vier Stunden und du fährst halt immer an der Evakuierungsgrenze entlang und da stehen überall Bullen und überall alles ist abgesperrt, also du fährst quasi eine Straße und darfst nicht mehr nach rechts abbiegen in den Wald und die Leute sind auf der anderen Seite, stehen dann so 400 Autos, weil die alle warten, dass die Evakuierung aufgehoben wird und wir sind da vier Tage in Folge. Das sieht immer so aus, als ob quasi die Grenze jetzt gleich aufgemacht wird, aber sie wurde vier Tage nicht aufgemacht, die waren vier Tage die gleichen Leute in den gleichen Autos, weil die halt weg mussten dann und der hat auch gesagt, das allergrößte Problem sind Plünderungen, weil halt oben drüber ist das Valley irgendwie und das ist die Crack-Hochburg, alle Cracksüchtigen sind da irgendwie drin und die gehen einfach kontrolliert in dem Moment, wo evakuiert wird, gehen die hinten über den Wald rein und nehmen alle Häuser auseinander und das ist nicht zu kontrollieren, weil es so weitläufig alles ist, weil du keine Kontrolle mehr darüber hast sozusagen und die Plünderungen sind das viel größere Problem. Lange Rede, er sagt, macht euch keine Sorgen, es ist zwar ganz, ganz schlechte Luft auch teilweise, also teilweise ist dann so der Himmel ganz rot und du hast halt so richtigen Ascheregen, nicht von Casper, sondern wirklichen Ascheregen, also so die ganze Zeit eine Asche, ja, Ebene auf der Terrasse und so weiter, das war schon, habe ich so noch nicht erlebt, aber schon auch, also es war bedrohlich, wenn du es halt so siehst, aber gleichzeitig hat er gesagt, wenn es jetzt nicht ein richtiges Feuer ist, dann ist alles cool und es gibt halt zwei Kategorisieren, also das Normal, lassen sie brennen, die Schwierigen, da greifen sie ein und während er das gesagt hat, ich schwöre dir, anderthalb Minuten später redet er wieder über den Cabernet Sauvignon und was auch immer und dann klingelt sein Telefon, er guckt so drauf, I'm out, dreht sich um und rennt weg und lässt uns komplett allein auf dieser Terrasse, sechs Leute, wir gucken uns so um, so was, äh, 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 was machen wir und dann haben wir halt schon so, natürlich fängst du halt an so, ich glaube, das ist dann Kategorie 1 Feuer wahrscheinlich, so, vier Minuten später kommen die ganzen Feuerwehrwaters und es war dann wirklich 300 Meter genau gegenüber von der Oakwood, Oakwood, äh, Bahn, da, worüber du gerade geredet hast, da sind wir nämlich, da hatten wir einen Tisch und sind da zum Mittagessen gegangen, zehn Minuten später konntest du es nur noch hinfahren und da war dann ein Feuer, was wirklich sehr, sehr nah war, weil es jetzt so trocken ist und was quasi an, an, an der Stadt dran war und da sind die aber anders eingeschritten, also da waren dann sofort fünf Helikopter mit so Wasserdingern unten drunter, drei Überwachungsflugzeuge oben drüber und 20 Löschfahrzeuge und Vollgas und innerhalb von acht Minuten war es auch aus dann, gefühlt, also, es gibt schon unterschiedliche Einsätze, glaube ich und, und je nachdem, sie lassen es, glaube ich, einfach auch brennen zwischen dann. Ich finde es immer nur so krass, ich habe es auch, war das nicht sogar das Jahr, als wir gemeinsam auf Ibiza waren, wo die Riesentruppe, ja, oder dann war es ein anderes Jahr, aber da hat es auf Ibiza sogar gebrannt und die haben auf Ibiza, glaube ich, zwei Löschflugzeuge oder so und die sind dann immer bei uns übers Haus, haben dann bei uns im Poolen jetzt raus. Stimmt. Ja, weil der Hetzel groß ist, ne? Ja, und dann, ich habe kurz ein Bier geholt und da war keiner mehr im Pool und das war es aber auch nicht mehr da und dann haben die, die da wohl, nein, aber das war krass, weil ich fand, dann bist du so zwei Tage später, du wusstest ja auch nicht, wo das Feuer ist, du hast immer nur gesehen, wie die quasi sehr tief am Haus vorbeigeflogen sind und dann bist du zwei Tage später zufällig durch die Gegend da gefahren, das sieht dann so krass aus, wenn alles, weil da steht ja nichts mehr, das sind ja nur noch schwarze, dürre, irgendwelche Überreste von Bäumen und du hast auf einmal so da, wo vorher schönstes Grün war, ist halt einfach alles tot und die Erde hat auch so eine krasse, so eine rote Farbe, als wenn da, da ist ja nochmal alles viel, viel trockener, das finde ich auch so krass, dass durch die Hitze dann die Restfeuchtigkeit aus der Erde auch so weg trocknen und die Erde wirklich so steinhart ist und wenn es dann Regenfälle geben würde, würde dann gar nichts da richtig reinsickern erstmal. Aber das war so bestialisch, also wirklich wie von einem anderen Stern, als wenn da irgendwie Komet reingestürzt wird oder so, das finde ich schon krass, wenn du dir vor Augen fühlst, was das für eine unfassbare Naturgewalt ist, Feuer, und wie die sich ausbreitet, auch so unkontrolliert, aber ich mal überlege, mal diese Malibu-Brände, da war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das war ja, wo auch hier unter anderem und ja nicht nur, sondern tausend andere auch noch und auch Menschen im Leben gekommen sind, sollte man jetzt gar nicht irgendwie so, der Thomas Gottschalk hat da sein Haus verloren, aber das ist halt auch so eine, also finde ich wirklich, für ein Feuer finde ich richtig beängstigend. Ich glaube, das war auch immer so, wenn man dann irgendwo im Fernsehen gesehen hat, so ja, da brennt es halt, das unterschätzt man dann immer komplett, bis man dann einmal sich wirklich so richtig damit auseinandergesetzt hat, so wie du es gerade auch alles erzählt hast und man dann so feststellt, so ey, was für eine absurd große Bedrohung das ist, wenn das wirklich auf so absolut dürre Landschaft trifft und alles niedermacht, was auch nur im Ansatz in die Nähe kommt. Ey, und auch wie die, also generell, da kommen ja dann andere Länder, also so auf dem Rückweg haben wir jetzt zehn Feuerwehrautos aus L.A., die jetzt hochfahren und denen oben helfen, also da gibt es dann immer so eine Art, keine Ahnung, Austausch oder also die helfen denen, du wirst immer da hingesetzt und dann sind die zwei Wochen so richtig voll Gas, schlafen auf Pritschen in so Lagern und den ganzen Tag in dieser ganz krassen, das Hauptproblem ist ja der Rauch, in dieser krassen Montur und das geht voll auf den Rücken und das körperlich, glaube ich, die heftigste Anstrengung, die es da auch nur irgendwie gibt, aber, und das ist auch crazy, die bezahlen nichts in Restaurants. Also so, ich war bei In-and-Out Burger und habe mir einen Burger gekauft und dann kamen diese Feuerwehrmänner und ich war so, und dann sofort sagt der General Manager, it's all on us, also so, die kriegen überall alles bezahlt auch, als Respektbekundung anscheinend, ich weiß es nicht, also so, und ich habe dann einen Freund von uns, Richard, der von Melissa, der ist ja auch Feuerwehrmann, und den habe ich auch gefragt, der hat gesagt, wenn wir im Einsatz sind, dann ist es tatsächlich so, dass du eigentlich fast alles gezahlt bekommst, dann kommen auch, in dem Lager kommen auch dann Leute vorbei und bringen Kuchen und, und keine Ahnung, der eine hat mal einen Massagestuhl vorbeigebracht und der steht dann da, damit die Leute, also es ist eine sehr hohe Respektsbekundung, glaube ich, den Feuerwehrmännern. Ja, aber das ist ja auch, also wenn man sich das dann vor Augen führt und dass sie wirklich unter Einsatz ihres Lebens da versuchen, so ein Brandautokontrolle zu bekommen und dann versuchen ja damit auch Menschenleben zu retten und zu schützen und natürlich nicht nur die, sondern auch die Tierwelt und alles, was dazugehört, so, ich wollte gerade sagen, da kann man ja dann immer, weil ja dann auch damals zu der Zeit, als diese krassen brennenden Malibu waren, hast du ja immer nur gehört, wenn wir so, God save the Feuerwehrmänner oder was halt immer so die typischen amerikanischen Sätze, wo man denkt so, ja diese krassen Patrioten und weiß ich nicht was, aber am Ende musst du ja wirklich sagen, ey, irgendwas geben dafür, dass ihr da mit eurem Leben versucht, unsere Leben zu beschützen, das ist schon echt krass, finde ich, weil Feuer ist halt, boah, also ich liebe kleine Feuer, solange ich sie kontrolliert irgendwie im Garten in einer Schale anzünden kann oder so, wenn ich einen Garten hätte, aber so Feuerchen, wenn wir mal Feuerchen gemacht haben, als wir in Österreich waren, aber so die Vorstellung, was das so für unfassbare, wir hatten auch ein Spiel mit Feuer, tatsächlich letzte Woche im Studio und wenn dann auf einmal so die Hitze, also da war ich, ich würde jetzt zu weit für das zu erklären, da war ich oberhalb des Feuers und wenn dann der Wind auf einmal dreht und dann kommt diese Hitze an dich ran, das ist so unfassbar unangenehm, weil du kannst dann ja auch gar nicht so richtig weg, du bist ganz kurz wie so festgefroren, obwohl das dümmste ist, was dann passieren kann bei Feuer, wenn du so festfrierst, aber das ist echt, ich will nicht wissen, wie beängstigend das ist, also wie sehr du auch deinen Kopf ausschalten musst, wenn du vor so einer riesen Feuerwand stehst und einfach weißt, okay, eigentlich habe ich keine Chance, ich kann jetzt meinen kleinen Schlauch da reinhalten. Geringste Lebenserwartung aller Berufe ist Feuerwehrmann hier. Feuerwehrmann, ja. Also die sterben alle mit 55 bis 62 oder sowas, weil die einfach so viel Rauch ausgesetzt werden, das ist so schädlich auf lange Frist, das ist total hart. Und ich glaube auch, ganz, ganz viel so interne Regeln, du darfst dann, also weißt du, du darfst, das ist ein sehr männlicher Chauvinist, also weißt du, das ist dann schon so, ja und wenn du da rumweinst und dich krankschreiben lässt, dann bist du auch wieder gleich raus und so und das merkst du schon auch schnell. Auch nicht geil. War aber trotzdem eine gute Woche, ich hatte ein paar Culture Clashs, würde ich sagen. Also die, zum Beispiel? Ach, ich, also die Amerikaner haben jetzt noch nicht von Fridays for Future gehört, um es mal so zu sagen, als ich das versucht habe anzusprechen, beim Kauf der Plastikteller und Papierteller, dachte ich, und dann wurde ich die ganze Zeit verarscht dafür, immer so mit so, so ist das hier for your futures for the Friday und so weiter und ich so, sag mal, also ich habe es versucht irgendwie, aber bin ich auch an Grenzen gestohlen, aber generell, ich bin auch schon wieder einmal, ich habe relativ früh, gleich am ersten Tag so gesagt, so ey Leute, wir sind jetzt hier drei Familien, es war irgendwie ein Essen und irgendjemand fing dann an mit, lass uns splitten und da und du hattest das und was auch immer und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, du warst ja auch schon ein paar Mal mit Familien im Urlaub, am Ende geht es sich doch irgendwie immer aus, der eine macht den Einkauf, das Haus teilen wir und der Rest ist doch irgendwie, also weißt du so, so lass uns doch jetzt einfach bezahlen, so ist doch scheißegal und wenn einer, wenn ich 80 Dollar mehr zahle, dann ist das halt so und war so ein bisschen so, wir in Deutschland, wir zahlen einfach irgendwer und ist doch alles cool und alles wunderbar. Ich habe dann drei Tage lang meine Kreditkarte zu Hause vergessen. Es wurde schon so ein bisschen, also die wurden, ich wurde schon hart verarscht, aber auch, es wurde schon auch ein bisschen, also ich habe wirklich einfach die ersten vier Tage nicht einen Euro bezahlt, weder fürs Haus, weder für Essen, weder irgendeinen Kaffee, noch nicht mehr, ich habe auch jedes Mal die Maske vergessen, da mussten die immer in die Baustelle und in eine Tankstelle mussten mir Masken kaufen von ihrem Geld und so und es war so, also es war wirklich schon peinlich und am fünften Tag habe ich es aber dabei gehabt und habe dann so, keine Ahnung, wir haben dann irgendwo einen Stop gemacht und haben drei Cappuccino getrunken in so einem Café und dachte dann, es wäre halt witzig, dass mit Venmo, weißt du was Venmo ist? Also so wie Paypal Geld hin und her schicken und da kannst du aber Requests schicken und dann habe ich beiden, die da waren, habe ich so, während wir getrunken haben, so ein Request für 4,20 Dollar geschickt und habe halt quasi drei Cappuccino geteilt und ich sage mal so, ich glaube, die haben den Witz nicht verstanden. Ja, scheiße. Ich war so ein bisschen, ich musste dann so, ne, war ein Witz und so, sie haben es beide bezahlt und ich so, nein, das war doch ein Witz, ich wollte doch nur, also kam nicht so, nicht so. Haben sie mit dir nochmal gesprochen, nachdem ihr zurückgekommen seid oder habt ihr hier keinen Kontakt gehabt? Ja, ja, ne, ist okay. Alles, ihr seid noch befreundet. Alles geklärt, glaube ich. Die Freundschaft hat es überlebt, war tatsächlich voll okay. Die sind alle, jetzt geht hier die Schule wieder los und in der Grundschule normal oder? Ja, nee, nee, nicht Zoom, also remote im Moment noch. Ah, krass, okay. Also du musst als Landkreis, musst du vier Wochen, glaube ich, runter von der Watchlist sein. Watchlist ist, wie jetzt gerade in Rosenheim, glaube ich, in Deutschland, wo quasi, grundlegend ist es, ich habe mit David telefoniert letzte Woche und der hat dann auch gesagt, wie, du kannst nach San Francisco reisen, was ist denn, also er meinte, die deutschen Medien stellen das ja eher so da, als ob die Zombies durch die sich türmenden Leichen in Kalifornien laufen. Es ist ja hier alles ähnlich normal wie in Deutschland, muss man sagen, außer, dass die Schule halt zu ist und durch diese fehlende Schule sind die Leute tatsächlich, also von 450 Kindern in der Grundschule sind jetzt nur 300 noch drin. 150 haben die einfach rausgenommen, sofort und haben gesagt, das machen wir nicht, entweder ein Jahr Pause oder die gehen ein Jahr nach Idaho. Wie das geht? Ja, ja, du hast keine Schulpflicht in Amerika. Du kannst machen, was du willst und kannst ja immer homeschoolen und kannst immer Das erklärt einiges. die wegnehmen, ja. Und was die aber jetzt alle machen ist, die nehmen sich private Lehrer, die dann in so Sechsergruppen quasi gemacht werden. Ob das jetzt die Lösung ist, keine Ahnung. Aber sie, das wäre eher eine Lösung, glaube ich, wenn man mal sagt, ein Jahr, ein Jahr Auszeit und in Deutschland geht es ja nicht, du musst ein Jahr, die Kinder sind ja schulpflichtig, das müsste man ja dann durchziehen, dass man dann sagt, man will eine Weltreise machen oder so, das hat mir schon öfter gehört, dass dann Leute sich dafür private Lehrer mitnehmen. Das geht oder das geht nicht? Das geht, das geht, das geht, das geht, ja. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat, der hat seine Kinder aus der Schule genommen und die haben eine Weltreise gemacht und hat einen Lehrer mit auf der Seite gemacht. Ich habe mich aber dafür die Woche, eine Sache, die ich total vergessen habe, ich habe mich mit Niklas und David getroffen in Person. Habe ich gesehen, ja. Auf der Insta-Soy war ich ein bisschen eifersüchtig. Ja, aber vollkommen zu Unrecht, weil sie können auch deine Freunde werden, wenn du möchtest. Es war wahnsinnig, wahnsinnig cool, also die hatten sich irgendwie gemeldet und meinten, sie sind in München, ob wir uns sehen wollen und dann haben wir uns gesehen und ich konnte erst um 15.30 Uhr, hatte dann aber hier im Byron so einen Konferenzraum ab 14 Uhr und es war dann total cool, oder fast niedlich muss man sagen, die hatten sich dann so richtig vorbereitet, hatten sich dann schon angeschlossen an den Fernseher und hatten dann so, weil ich ja auch jetzt noch nicht alles von denen kenne, hatten dann gesagt, ja, guck mal so, das haben wir mal gemacht und das haben wir mal gemacht und so. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, haben dann auch noch einen Podcast aufgenommen hier von denen, diesen, wer ist der, Arm, aber sexy, arm unsexy, ich weiß es nicht. Haben sie mich schon für gehasst in dem Moment, weil ich nicht mehr wusste, ob Arm, aber sexy heißt, arm unsexy. Aber möchte ich kurz darauf hinweisen, dass da bald eine Podcast-Folge kommt. Ich fand sie lustig in dem Moment, ich habe sie noch nicht gehört danach, aber es war total cool. Also echt sehr, sehr normale, angenehme, gute Jungs, die total gesunde Ansichten haben, was so ihren Werdegang und Verlauf angeht und sich für nichts zu schade sind. So hardest working people und haben einen geilen Film gemacht über Südtirol, die waren lustigerweise auch in Südtirol, kamen gerade von da, waren auf dem Rückweg, also auf der Durchreise quasi, haben dann ihren Stopp eingelegt und da ist echt schon filmerisch krasse Qualität vorhanden bei den beiden. Ja, schneiden gut auch. Ja, sehr, sehr guter Schnitt, wirklich, das sieht man jetzt bei dem Instagram-Zeug nicht so 100%, weil das halt dann einfach eine Handykamera und draufgehalten ist, aber inszenatorisch, sagt man das so, Wahnsinn, was die für Bilder gemacht haben, war ich richtig beeindruckt, fand ich richtig geil. Und haben auch einen geilen Move gemacht, das fand ich auch sehr geil, die haben zum Beispiel Finn angeschrieben, mir, Finn Kliemann, und hatten halt gesagt, ja, wir hatten immer Stress mit Musik und so und hatten dann immer so GEMA-freie Mucke, aber ist ja dann nicht geil und haben dann quasi die Künstler angeschrieben, ob sie die Musik verwenden dürfen, GEMA-frei und dann haben sie halt von Finn und auch von zwei anderen haben sie Go gekriegt und es wirkt halt auch total geil, wenn du dann so Songs darunter hast, die dann jetzt nicht so GEMA-frei sind, sondern wo du wirklich was mit anfangen kannst und die das dann nochmal so untermauern, fand ich mega gut. Das sind wirklich sehr, sehr gute Jungs, die du da aufgetan hast. Finde ich immer noch absurd, dass du gesagt hast, so hier, Niklas und David, habe ich bei meinen Insta-Dingern da vorgeschlagen bekommen, ultra gut und dann hat man mit denen da zusammengesessen und dann hatte er einen wirklich lustigen, guten Nachmittag und fand ich total spannend. Fleißig sind die auf jeden Fall, ne? Ja, die sind wirklich, fleißig ist das richtige Wort, die sind richtig fleißig so. Sind sich für nix zu schade und richtig fleißig. Haben alles aufgesaugt wie ein Schwamm, was man denen so erzählt hat, keine Ahnung, ob ich denen wirklich helfen konnte. Hab dann noch Kai Pflaume geschrieben, weil die Kai so gerne im Podcast hätten. Hat Kai sich sogar zurückgemeldet und meinte, ja, Anfrage habe ich jetzt nicht gesehen, kuhle ich mal meine Mails durch, wenn ich dann aus meiner hier digitalen Detox-Zeit zurück bin. Da hatte ich mal so eine Digital-Detox-Phase. Habe mich auch sehr gefreut, dass ich dir da noch helfen konnte und hoffe sehr, lieber Kai, falls du die Folge hier hörst, dass du dich da schon gemeldet hast. Wenn nicht, ich weiß, wo du wohnst. Komm ich rum. Im Grünwald. Genau, wir wollten ja immer mal Kaffee trinken gehen, Kai. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ich habe immer das Gefühl, du willst das gar nicht. Du willst gar nicht mit mir Kaffee trinken gehen. Du sagst das immer einfach nur. Denkst du, das ist los für Lesbos, ist auch noch mal Vollgas gegangen. Das hat sehr gut funktioniert nochmal. Richtig gut, ja. Das ist auf jeden Fall echt amtlich, was dein Geld zusammengekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast. Habe ich mitbekommen, aber was ich viel krasser finde, ich hatte Finn dann noch an kurz angehauen und war sehr, sehr, sehr beeindruckt, was Finn Kliemann wieder für einen unfassbaren Post absetzt mit einem so krassen Verständnis von wie macht man es anders als alle anderen. Weil er hatte noch, wir hatten irgendwie kurz gesprochen, dann hatte ich ihn mit Volker connected, also mit Volker Bruch connected. Dann hatten die beiden sich gesprochen und dann schrieb Volker noch irgendwie so um 21 Uhr, naja, Finn hat noch nichts gepostet. Dann dachte ich mir so, naja, dann hat er halt nichts gepostet. Schnitt, halbe Stunde später kamen wirklich drei Storys nacheinander, auf den, du hast glaube ich sogar noch geteilt, auf den Punkt der Team. Unfassbar. Visuell gibt es niemanden, der da ist. Niemandem. Und das war auch der, ich glaube durch Finn ist dann die halbe Million geknackt worden. Das hat auch tatsächlich wirklich nochmal einen Schwung gegeben und so. Das ist schon echt beeindruckend, wie viele Leute dann geholfen haben und wie geil das ganze System da ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen kurz in die zweite Werbung und dann habe ich ein paar Fragen an dich. Bitte. Mein lieber Joko, gestern auf ProSieben, da habe ich die O2 Music Hall, da war Joy Nidalani. Was ist das? Das ist ein Interviewformat zu den O2 Priority Concerts. Also du hast quasi die Künstler, die ein Konzert gespielt haben, machen on top dazu immer noch ein Interview mit meiner netten Kollegin, der Frau Maurer und die sitzen dann da, erzählen was und du kriegst quasi nochmal einen anderen Zugang. Also du kriegst nochmal ein ganz anderes Gefühl. Die Künstler zeigen sich von einer anderen Seite und das ist quasi noch ein Add-on zu den Konzerten, die sonst immer existieren, diese Priority-Konzerte. Diese Konzerte, das ist das, wo Matti auch war, dein guter Freund. Genau, mein guter Freund Matthias Schweighöfer, der das Konzert in HD-Qualität abgeliefert hat. Die Spanier tatsächlich nicht so viel an Sachen dort für die Qualität, das sieht wirklich ultra geil aus und was ich auch da gesehen habe, es ist Gentleman, weißt du, kennst du Gentleman? Ein bisschen, was würde man sagen, Reggaeton oder was? Ja. Würde ich aus meinem Verständnis heraus jetzt sagen, ob das richtig ist, weiß ich nicht. Wir sind ja sehr gut in so Halbwahrheiten. Genau, gefährliche Halbwahrheiten und der hat da so eine Art Open Air am Strand und sieht wirklich mega geil aus, weil das halt so wie so ein, ja, also sieht einfach sehr, sehr gut aus und hat neue Songs seines Albums, was im September kommt, dort schon angespielt. Das kann man sich alles anschauen, anhören auch, unter o2.de slash music mit C und dort kriegt man, kann man sich das dann alles anschauen und es tatsächlich lohnt sich. Also ich habe mir da mehrere Konzerte jetzt angeschaut, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist fett gemacht, Punkt und ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber es kommt sogar ein Album von Gentleman, ne? Genau, im September. Neues Album und die ersten Songs sind in diesem Ding. Naja, lange Rede, kurzer Song. Was sollen wir mehr sagen? Genau, o2.de slash music, schaut es euch an, dann macht euch selber ein Bild davon, lohnt sich sehr. Jetzt bin ich gespannt, was hast du für Fragen? Ich habe folgende Frage an dich. Wenn du jetzt jemanden, ne, erstmal, erstmal, erstmal eine private. Wenn du jemanden übers Ohr haust, hast du jetzt mit mir noch nicht gemacht, freundlicherweise. Ich glaube, du bist auch kein Typ, der, der Leute übers Ohr haut, aber du kennst ja so ein paar Leute, die andere Leute, du bist ja schon mal übers Ohr gehauen worden. Sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Die sind aber nicht mehr in meinem Umfeld. Warum heißt das so? Übers Ohr hauen. Fuck. Jetzt versuche ich mir irgendwas zusammenzureimen, was mit Geld zu tun haben könnte. Warum das übers Ohr hauen heißt. Vielleicht, weil das eine genauso schmerzhafte Erfahrung ist, wenn man einem aufs Ohr haut, weil man kurz sich wie taub fühlt, wenn man feststellt, dass man Geld verloren hat, weil jemand einen betrogen hat und dann fühlt man sich wie übers, aber man ist ja auch übers Ohr hauen. Das würde ja bedeuten, dass man oberhalb des Ohrs zuschlägt und dann trifft man den. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Das hat was mit Tauber Bischofsheim zu tun. Für was ist Tauber Bischofsheim berühmt? Für das Kennzeichen TBB. Und für was noch? Jetzt stehe ich am Schlauch. Für eine Sportart. Es gibt eine Sportart, die für die Tauber Bischofsheim. Ja, korrekt. Dann darf ich jetzt mal lösen, ja? Also es geht um die Fechtkunst, bei der ein Schlag über die Ohrenlinie als unfein und unverschämt galt, vor allem aber recht schmerzhaft sein konnte. Von diesem Schlag, der sich geschickt und ein gewisses Maß an Rücksichtslosigkeit verlangte, rührte die Übertragung auf den unverschämten Betrug her. Oh, das ist immer gut. Aber da war ich ja mit meiner Erklärung so oberhalb des Ohres und Schmerzen. Ja, gar nicht so stark. Und so dieses Taubertsgefühl, ja. Aber wie gut. Aber wie lustig, wie sich das durchgesetzt haben muss. Der Erste, der das gesagt hat, den haben sie wahrscheinlich auch laut ausgelacht. Der hat mich übers Ohr gehauen. Welch ein Narr du bist. Welch eine Formulierung du wähltest um dir. Naja, lassen wir das. Wird nicht besser. Das ist doch schon mal schön. So, und dann nehme ich jetzt nochmal mein Kartenspiel in die Hand. Ja, das habe ich letzte Woche gedacht. Das fand ich nämlich so geil in der Woche davor, dass du diese absurden Fragen aus diesem Kartenspiel hattest. Gibt es das jetzt eigentlich schon in Deutschland, das Kartenspiel? Nein, ich glaube nicht. Ich habe mit ihm die ganze Zeit terminiert und das ist irgendwie, ist er ja nicht so richtig am Start und ich will es nach Deutschland bringen. Dann schick mir einfach bitte die Screenshots von den Fragen. Dann machen wir die einfach auf Deutsch und machen es selber. Ich glaube, wenn du ihm das schreibst, dann kannst du ihm nicht nur was kannst du sagen, wir hauen dich sonst übers Ohr. Aber das finde ich schade. Verstehe ich gar nicht. Würde ich sofort machen. Ja, nein, Entschuldigung. Deine glücklichste Erinnerung vom letzten Jahr. Meine glücklichste Erinnerung vom letzten Jahr. Vom Kalenderjahr 2019. 19. Was war das glücklichste, was du hattest? Boah. Boah, das ist schwer. Und ich glaube, wenn sowas nicht ad hoc aus dem Bauch kommt und man schon so nachdenken muss, weiß ich gar nicht, ob ich so eine richtig tolle Erinnerung habe. Am Ende ist das ja auch eine Aufforderung übrigens an all unsere Hörer, darüber nachzudenken, was eure glücklichste Erinnerung im Jahr 2019 war. Hast du eine? Ich glaube, die Erleichterung bei Mercedes gekündigt zu haben danach. Also so schwer das war und so sehr ich das Gefühl hatte, Leute hängen zu lassen oder mir fiel es halt sehr, sehr schwer. So befreiend war es dann auch danach, zu wissen, man agiert und man reagiert nicht. Und eben, ja. Also es war ein sehr, sehr erfüllendes, sehr glückliches Momentum, das dann da zu machen. Ich überlege gerade so, was es alles gab letztes Jahr. Ich glaube, mein Problem ist manchmal mittlerweile wirklich, und das klingt jetzt total bescheuert, wenn ich das so sage, aber du hast es, glaube ich, mal so die Maximierung der Ereignisdichte genannt in deinem Leben, dass das ein Ziel ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch existent ist, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass in meinem Leben so viel passiert, dass zum Beispiel sowas wie, wo wir ganz am Anfang vom Podcast drüber gesprochen haben, dass du meine, hast du das wirklich so in Erinnerung, dass du das gesagt hast, dass das Triple durch Hansi Flick geholt wird? Ich habe eben darüber diskutiert. Also du hast das ja ganz forsch letzte Woche gesagt und ich dachte, du verarschst mich damit. Also du hast ja so gesagt und da habe ich auch gesagt, das ist Triple und ich dachte, das wäre komplette Ironie und dann habe ich noch mal unseren Podcast übrigens angehört, die Woche. Muss ich sagen, der ist ja tatsächlich ganz gut. Also ich höre den ja nicht so oft, weil ich ja das schon aufgenommen habe, aber jetzt habe ich ihn mal auf so einer Fahrt, hatte ich ein bisschen Zeit. Also ich fühle mich da gut unterhalten. Ich habe ein paar Mal noch gelacht. Ich habe länger keinen mehr gehört. Früher habe ich ihn auch öfter reingehört, aber ich komme gerade immer nicht so richtig dazu. Nee, aber was ich damit nur sagen will, ist, manchmal habe ich wirklich, und das ist jetzt eher so eine ganz andere Facette von Antwort für diese Form von Frage, ich glaube, ich kann jetzt gerade nicht diesen einen Wahnsinnsmoment nennen, der so herausragt. Es gibt so viele, die auf Augenhöhe sind, aber ich habe manchmal wirklich das Gefühl von, doch, ich glaube, aber das ist eher so ein Moment, den ich mit dir dann auch hatte, also der mir jetzt so direkt einfällt. Ich glaube, als wir in Silverstone waren und das Wochenende hatten, wir waren beide in unserer alkoholfreien Zeit und wir uns so, ich und ich fünf, also da haben wir uns an dem Wochenende, haben wir uns so klammheimlich beide gegenseitig erlaubt, dass wir wieder was trinken dürfen. Ja, ja, und am ersten Abend hat es angefangen mit, ach komm, wir trinken zwei Bier. Dann am zweiten Abend ging es weiter mit, naja komm, wir bestellen uns mal so einen großen, wo es peint. Und dann haben wir da draußen an dem Feuer gesessen, das fand ich mega, dann haben wir noch bei dir auf dem Zimmer gesessen, haben Feuer gemacht und dann hatten die Dings da offen, dann haben wir auch noch was getrunken und dann gab es diesen absurden Abend, weißt du das noch, wo wir noch Fotos machen wollten von den Leuten und wir Ärger gekriegt haben, dass wir da Fotos gemacht haben, in dieser Scheune, wo die Party war, wo wir Gin Tonics dann getrunken haben, also wo man wirklich sagen muss, da haben wir dann komplett unsere Regeln ausgesetzt, aber das war irgendwie so, als wenn man in so einem rechtsfreien Raum kurz gewesen wäre für die Regeln, die wir uns selber aufgesetzt haben. Das fand ich total schön, also es war wirklich so, da war so richtig Glückseligkeit vorhanden, weil es einfach ein mega Ort gewesen ist, wir beide viel Zeit miteinander verbracht haben und man dann irgendwie da war. Das ist jetzt sowas, was ich jetzt direkt mit dir verbinden würde, was mich glücklich gemacht hat, aber eigentlich wollte ich gerade ausholen zu der Antwort, dass man, also das ist wirklich ein Thema, dass man auch dadurch, dass man so viel arbeitet und so viel immer erlebt, auch auf der Arbeit und Momente hat die, also selbst so in der Woche wie letzte Woche drei Sendungen aufgezeichnet, auch da waren mega Momente dabei, die ich in dem Moment total genossen habe, aber die ich dir jetzt nicht wiedergeben könnte. Also das ist so, man verliert so ein bisschen das Gefühl für all das, was so toll ist, weil man einfach keine, ich will nicht sagen, keine Wertschätzung mehr dafür hat, aber weil zu viel ist und manchmal macht mir das richtig traurig, dass wenn ich danach denke, dass mir nichts einfällt, was dann irgendwie so besonders ist. Auf der anderen Seite hat man dann wiederum ganz andere Momente, wo man dann irgendwie so ins Labern kommt, so wie hier in diesem Podcast und einem dann Geschichten einfallen von früher, so wie das man bei Coppola oder auf dem Beingut war oder so, was ich jetzt bestimmt auch schon vier Jahre nicht mehr in meinem Hinterkopf hatte. Aber eigentlich traurig, dass ich jetzt nicht so ganz klar ein absolutes Highlight aus dem letzten Jahr nennen könnte. Kann ich auch denn, also hast du welche von den Hotel Matze Folgen dir angehört, die ich dir empfohlen habe letzte Woche? Nein, es ist mir wahnsinnig leid, dadurch, dass ich im Studio war, keine Zeit gehabt. AM Tommi Schmidt heißt übrigens amüsieren mit, wurde mir anscheinend zugesteckt von Instagram DMs. Aber der hat auch irgendwann, und das hat mich immer wieder, habe ich oft dran gedacht, in dem Podcast sagt er ja auch irgendwann, naja, es ist ja statistisch völlig klar und ohne Diskussion erwiesen, dass jeder Tag besser ist als der davor auf der Welt. Also egal, nach was du es misst, ob das Wohlstand ist, ob das Gesundheit ist, ob das Kindersterbesraten sind, ob das was auch immer, egal welche Messbarkeit du nimmst, sie ist besser heute als gestern. Und also gerade in 2020, muss man ja schon sagen, tut ja jeder so, als ob das der Weltuntergang ist und de facto ist es das ja nicht. Eigentlich ist es nicht. Man muss anfangen, die Geschichten positiv zu erzählen. Ja, und dementsprechend, da muss man schon auch, finde ich, kann man schon sehr viel mehr über die ganzen coolen Sachen und also, keine Ahnung. Aber vielleicht komme ich da an einen, ja, aber lustig, dass du das sagst, vielleicht komme ich jetzt an einen sehr glücklichen Moment, den ich hatte. Ich habe letztes Jahr Chili González live sehen dürfen. Ja. Und das war wirklich outstanding. Also ein unfassbares Konzert. Und der hat genau das gesagt. Der hat nämlich im Intro gesagt, bevor er losgelegt hat, guten Abend, mein Name ist Chili González und you're about to witness the best concert I've ever played. Und dann war so Totenstille und dann meinte er, yeah, I know what you're thinking. Dann sagt er halt so, aber es ist doch total logisch. Es muss doch das beste Konzert werden, was ich heute Abend spiele, weil ich all die anderen Konzerte ja schon hinter, also das gestern war natürlich das Beste in der Reihenfolge bis dahin, aber das heute muss ja noch besser werden, weil ich das gestern ja auch noch als Erfahrung mit einbringen kann. Und das fand ich so eine geile These, die er da aufgestellt hat. Und er hat die Leute damit so krass abgeholt, weil dann hast du so den ersten Lacher auf deiner Seite gehabt und der hat wirklich abgeliefert wie sonst noch was. Und das finde ich, und auch gerade so in Zeiten wie diesen, ich bin wirklich sehr wenig auf Konzerte gegangen und habe das viel zu wenig irgendwie genutzt, dass es dieses Angebot gibt. Ich wäre da zum Beispiel auch voll gerne seitdem ich in München rede, rede ich davon, dass ich gerne mal irgendwie ein klassisches Konzert hier sehen wollen würde, weil alle ja auch immer sagen, oder an die Oper gehen wollen würde, weil alle immer sagen, so das ist mal ein Erlebnis. Habe ich noch nie gemacht. Ich war noch nie in der Oper. Ich würde unfassbar gerne mal in die Oper gehen. Könnte man jetzt natürlich auch, aber mit den Restriktionen, die es da so gibt, macht es wahrscheinlich nicht so viel Spaß wie sonst. Aber wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an diesen Abend hier in München beim Chili Gonzalez-Konzert, das war schon sehr, 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 sehr losgelöst und sehr, 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 sehr frei von allem, was man so an Gedanken hat. Das finde ich geil, dass das an dem Abend funktioniert hat, dass man halt egal, was da gerade so im Kopf los war, komplett vergessen hat und der einen mit seiner Musik so unfassbar abgeholt hat. Habe ich auch die Tage, als ich abends nach Hause gefahren bin. Ich liebe das immer, wenn ich nach einer Aufzeichnung abends nach Hause fahre und dann ist man so richtig leer und müde und kaputt, weil es mittlerweile mit 41 Jahren auch wirklich anstrengend ist, so eine Show da hinter sich zu bringen und das durchzuziehen und versuchen, da irgendwie alles zu geben, damit man gewinnt. Da bin ich echt immer so richtig fertig, so nach zweieinhalb, drei Stunden oder vier Stunden teilweise und dann Musik zu hören. Dann habe ich Ivory Tower von Chili Gonzales gehört. Den Song liebe ich über alles von dem und es war auch so ein geiler Moment. Da habe ich mich tatsächlich so zurückerinnert an das Konzert. Vielleicht war das ein sehr guter Moment, ja. Muss ich auch sagen. Habe ich in Montreux letztes Jahr ein großartiges Konzert. Oh, fuck, stimmt. Ja, du hast ihn sogar da gesehen. Sag mal, der 17-jährige Joko. Ja. Welche Eigenschaft des 43-Jährigen oder bist du 44? 46 bist du, ne? Was? 41? Sag mal. War ein Witz. Was würdest du über dein heutiges Leben oder die letzten zehn Jahre als 17-Jähriger, was hättest du dir nicht mal erträumt? Also welche Eigenschaft sagst du, okay, das war den 17-Jährigen. Oder irgendwas, was passiert ist, was so, ob das, ja. Ich glaube, dass ich so trinkfest bin. Um jetzt was zu sagen, was wirklich, weil ich weiß noch, meinen ersten Rausch hatte ich mit 16 und danach habe ich, glaube ich, fünf Jahre nicht mehr getrunken, weil der so schlimm war. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal Alkohol trinken kann. Das kann ich heute. Aber so richtig eine Eigenschaft. Ich glaube, ich hätte mir mit 17 nicht erträumt, dass ich mit den Fähigkeiten, die ich so gefühlt in mir trage, einen Beruf, den ich jetzt habe, ausüben könnte. Also ich hatte immer schon irgendwie so den Hang zum, keine Ahnung, irgendwelche Events in der Schule moderieren oder so, aber ich hätte mir nie erträumt, dass man da einen Beruf daraus machen kann. Also obwohl es Moderator natürlich gab, aber ich glaube, das ist was, das existierte zu keinem Zeitpunkt in meiner Lebensplanung, dass ich diesen Weg einschlage, den ich eingeschlagen habe. Und du auch ganz gut davon leben kannst. Und ganz gut davon leben kannst, ja. Hast du was? 17 Jahre? Ich überlege gerade, da war ich vor einer Abi-Zeit, ich überlege gerade, ob es da irgendwann rauskommt. wenn ich ehrlich bin, und das bin ich ja, versuche ich zumindest zu sein, die Tatsache, dass ich wirklich, also so vielleicht, der eine Russ-Song, der Flute-Song, ich glaube, I do whatever I want, whenever I want, I love it, ist sozusagen das erste Zitat. Ich kann ja wirklich einfach machen, was ich will. Das ist schon mal, das hätte ich nie gedacht, dass das so ist. Also ich dachte, ich müsste viel mehr, viel mehr gezwungen zu Sachen. Du dachtest eher so, dein Song ist Everyday am Hassel-In. Genau. Sehr gut, sehr gut. Also so blöd, wie es klingt, ich bin halt als Student, bin ich wirklich in den Pausen oder als Schüler bin ich zum Mediamarkt gegangen und habe mir Sachen angeguckt. Krass. Dass ich mir jetzt, also ganz kapitalistisch, dass ich mir einfach wirklich, es gibt jetzt keine Grenze mehr, wenn ich jetzt eine Powerbank mir kaufen will, dann kann ich mir das kaufen. Und das finde ich schon ganz gut. Also so, dass das geklappt hat mit dem Schwachsinn, den ich so tue, das ist schon ganz schön. Aber natürlich auch privat. Also ja, klar, gibt es ja auch so ein, zwei Sachen, die sehr gut funktioniert haben. Insofern, alles, alles, alles ganz lustig. Was steht an die Woche bei dir? Weitere Aufzeichnungen? Wie viele habt ihr denn noch? Ihr habt drei jetzt geschafft oder was? Vier? Noch zwei. Noch zwei? Noch zwei die Woche und Und wie viele habt ihr gewonnen bisher? Ich lache groß und breit. Sag ich dir nicht. Aber es sind wirklich, also das Geile an der Show, muss ich wirklich sagen, ist, Christian, die sieht sich immer mehr heraus für einen. Das ist halt so, es ist die perfekte Show. Man kommt komplett unvorbereitet dahin, man hat keine Ahnung, was passiert und man muss es wie einen Spielplatz, den du da betrittst. Du bist halt da, wir haben, keine Ahnung, so ab halb eins, eins schlage ich da auf. Um 17 Uhr geht die Aufzeichnung los, um 22 Uhr bist du da wieder raus. Das ist so, dass das ein Arbeitstag ist, das finde ich traumhaft. Das kann man gar keinem erzählen. Dass dann Klaas Momente hat von, wirklich, ich weiß nicht, welcher Gott ihn da gerade wieder geküsst hat, dass das passiert bei ihm. Also, dass dann Dinge funktionieren, die wirklich unmöglich sind und du hörst mir, das hat er erzählt bei Baywatch Berlin. Hat er einen Podcast erzählt? Ja, der hat wirklich, der hat echt, aber was hat er denn erzählt? Ich habe die Folge nicht gehört. Er hat erzählt, dass quasi das gesamte Team es versucht hat davor, 40 Leute oder sowas und keiner es geschafft hat und es völlig, und er irgendwas absolut Übermenschliches geschafft hat, von dem er davor nicht wusste, dass es schafft. Ich glaube, es ist Tischtennis, oder? Es ist wirklich krass. Es ist kein schlechter Teaser oder so, es ist wirklich absurd, dass er das hingekriegt hat. Aber das Verrückte ist, ich habe es auch versucht die ganze Zeit, es war ein paar Mal sehr, 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 sehr knapp, es hat aber bei mir nicht funktioniert, bei ihm hat es dann natürlich funktioniert und mein Lieblingsmoment war eigentlich eher, ich weiß nicht, ob er das auch im Podcast hat erzählt hat, unsere Garderoben sind halt nicht unten im Erdgeschoss, wo es Studio ist oder du musst dann so ein Treppenhaus hochgehen und ich war eine Etage über ihm beim Hochgehen und ich hörte ihn unter mir eine Etage, Daniel Rosemann hier, dem ProSieben-Chef, sagen, Alter, es ist echt verrückt, also hätte ich auch nicht gedacht, dass ein weiteres Talent bei mir entdeckt. Und du denkst dir einfach nur so, Alter, willst du mich verarschen? Das war der Lucky Punch, ein Tausch, also wirklich, das war absolutes Glück und er hat dann irgendwie selber, und das ist der große Unterschied, glaube ich, zwischen Klaas und mir, der glaubt dann wirklich bei sich etwas entdeckt zu haben, was er total geil kann, während ich mir halt denke, ja, habe ich halt krass Glück gehabt, wie witzig, oder? Es war total absurd. Aber das war wirklich, das war jetzt eher so als Zusammenfassung nochmal zu der Show, weil es wirklich einfach so ultra Bock macht und weil man so ernsthaft richtig hart kämpfen muss, um da zu gewinnen. Ich finde, diesmal ist auch nochmal alles echt einen Ticken schwerer und ich bin, das klingt jetzt bescheuert, aber ich bin körperlich nach drei Folgen echt so, dass ich mir denke, ich kann nicht mehr, weil es so eine geile Mischung aus Denksport, körperlich anstrengend und total im Quatsch ist. Also das ist so, du weißt immer nicht, was kommt. In der einen Folge, da war hier Matthias Schweighöfer zu Gast mit Novi, also Matti und Novi waren da und da war das Spiel, Andreas Nowak, der Drummer von Silbermond, der beste Freund von Matthias, auch ein guter Freund von mir, sehr guter Typ. Und da war, wir mussten erraten, also bei Klaas und mir zum Beispiel das Beispiel, einer hat eine Flasche Wasser, der andere hat eine Flasche Wodka und du musst es trinken und wir haben beide gleichzeitig getrunken und die mussten es sich angucken, du hast halt nur die klare Flüssigkeit gesehen und die mussten sagen, wer von uns beiden trinkt Wodka, wer von uns beiden trinkt Wasser. Kann ich das jetzt erzählen? Ja, das kann ich schon erzählen, alles scheiß drauf. Und Matthias, der blöd Mann, hat ja gesagt so, okay, trink noch einen. Und es waren nicht kleine Gläser, das waren wirklich so, also es waren nicht, was ist das, 0, 0, 0, 1 oder so, was es halt sonst ist, so ein CL oder zwei CL ist wahrscheinlich normal, das waren sicherlich vier CL oder so und das heißt, ich habe da irgendwie acht CL Wodka in mich reingeschüttet und von jetzt auf gleich war ich, und es war Minute sieben der Sendung, rotzernvoll. Cool. Und es war, ja, nee, nee, eben nicht, weil du bist dann so, okay, ich weiß, die Sendung geht noch lang, ich weiß, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das hinkriege, das war total beschissen, da habe ich auch zu allen gesagt, Leute, ich finde es ja geil, wenn wir so ein Spiel haben, weil es dann auch immer so lustig ist, wir hatten auch noch einen sehr guten anderen Moment, wo wir auch alle, wo Klaas und ich quasi was erarbeiten mussten mit der Hilfe von an Alkohol riechen und nippen und dann haben wir danach Steven gezwungen, was davon zu nehmen und der hat wirklich einen riesen Schluck genommen und dann gesagt, bist du wahnsinnig, dann hat er es ausgespuckt und er hat es dann aber, glaube ich, über einfach die Schleimhäute in der Wange, hat er halt den Alkohol aufgenommen und der hat, ungelogen, Paul, zwei Minuten danach hat der den Lachflash des Jahrtausends gekriegt. Es war nicht möglich, so wie du wahrscheinlich hier bei der Kollegin, die den Schluck aufhatte und klang wie eine Robbe. Es war nicht möglich, dass wir drei ein normales Gespräch geführt haben. Es war so gut und deswegen, ich freue mich wahnsinnig auf die beiden Aufzeichnungen noch, aber das ist so eine geile Mischung aus ultra anstrengend, wahnsinnig witzig und trotzdem halt irgendwie so, das ist halt, das ist Arbeit. Genau das, glaube ich, hättest du mir gesagt, dass das mal meine Arbeit sein wird mit 17, hätte ich gesagt, im Leben nicht. Das glaube ich dir nicht. Das kann nicht sein, dass das Arbeit ist. It is a job. Ich bin richtig ausgeflippt diese Woche, muss ich auch noch dir erzählen. Ich hasse nichts mehr als erschreckt zu werden. Grundlegend. Also ich finde, ich verstehe, dass Kinder das lustig finden, aber ich finde es einfach nur scheiße. Also es ist ja nichts Positives daran. Ich hege mich tierisch auf. Erschreckt zu werden. Wir sind in San Francisco, sind wir abends dann auch unsere Freunde da besuchen gehen. Die haben auf der anderen Seite von der Golden Gate Bridge in so einem ehemaligen Kasernen-Ding gewohnt und dann wurde es dunkel und dann waren wir auf dieser Veranda und dann hat man so krass die Hyänen gehört, also dass die sich gegenseitig angejault haben und es waren mindestens 50 oder so. Es war so ein Tal quasi und die haben sich immer gegenseitig zugerufen und als ich zum Auto gegangen bin mit meinem zweijährigen Sohn auf dem Arm und habe dann getragen und bin zum Auto gegangen, dann ist wirklich, also ich sage, realistisch 20 Meter, aber in meinem Gefühl 5 Meter, also es war komplett dunkel, in den Wald rein, du hast nichts gesehen, haben die garantiert was gerissen. Also du hörst ja dann, wenn die so wenn die dann komplett durchdrehen, wir haben hier auch ein paar Hyänen, das hörst du dann schon, wenn dieses Meerschweinchen sich geschnappt haben vom Nachbarn und dann machen die so ganz berühmt, so Geräusche und ich war echt so was auch immer und meine 14-jährige Tochter findet saulustig in dem Moment mir in die Wade zu zwicken und so zu machen. Fuck, ich habe es gewusst. Ey. Ich habe es gewusst. Ich bin so ausgeflippt. Ich habe meiner 14-Jährige, ich habe mich umgedreht und dann, die haben sich totgelacht, weil die gesagt haben, das ist wie meine Mutter. Meine Mutter, Liz, wenn sie wirklich sauer wird, dann sagt sie aus tiefstem Herzen, hat sie uns angeschrien und genau das gleiche habe ich auch gemacht mit meinem Kind und zwar Arschloch. Du Arschloch! Aus voller Überzeugung. Du Arschloch! Und die haben viermal hintereinander. Du bist ein Arschloch! Ey Arschloch! Ich habe mich 20 Minuten nicht mehr eingekriegt. Ich war so sauer. Ich war wirklich... 100 Prozent. Ich habe wirklich... Also ich habe dann eine Rede vorbereitet, dass wenn ich tot umfalle mit einem Herzinfarkt, es ist ihre Schuld. Ich habe mich noch nie so erschreckt wie da. Ich war so asozial, weil ich quasi audiovisuell so angespannt war. Und das war so... Kann ich so verstehen. Die gucken zu viel TikTok und dann ist es da ein lustiger Prank. Sau lustig. Aber... Schwere Zeiten. Ich reg mich jetzt noch auf, wie du merkst. Wollte gerade sagen, beruhig dich. Beruhig dich, Paul. Ich brauche dich nächste Woche noch. Telefonieren wir wieder. Bitte gern. Dann gibt es wieder Neues aus dem Leben der zwei Berufsjugendlichen. Ich überlege mal. Die versuchen, einen Karriere-Podcast zu machen. Wie... Was sind die... Wer präsentiert uns? Magst du das vielleicht noch ganz kurz erwähnen? Ich habe ein Gefühl, ich wüsste wer. Wer war es? O2, 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 O2. Für mehr O in deinem Leben. So ist es. So sieht es aus. Bis nächste Woche. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.